Folge 3159, Staffel 17, Folge 159 Torben wurde angeschossen und notoperiert. Sein Zustand ist kritisch. Obwohl Witte noch auf freiem Fuß ist, ignoriert Amelie die Gefahr und weigert sich, von Torbens Seite zu weichen. Mit Folgen, im Krankenhaus überwältigt Witte Amelie und droht erneut, sie zu töten. Nur dank Brittas und Bens Wachsamkeit und Amelies List kann das Schlimmste verhindert werden. Witte wird verhaftet. Amelie bangt um Torben, bis er sein Bewusstsein wiedererlangt und Amelie mit schwacher Stimme erneut seine Liebe erklärt. Als Gunther von Torbens OP erfährt, sagt er seinen Flug nach Ecuador ab, um Amelie im Hotel zu unterstützen. Alex und Astrid genießen ihr wiedergefundenes Liebesglück. Und Alex schafft es, durch Astrid inspiriert, ein sternewürdiges Menü zu kreieren. Walter will Tinas gut gemeinten Ratschlag, Akupunktur gegen seine Rückenschmerzen anzuwenden. Aus Angst vor den Nadeln nicht annehmen. Er bevorzugt eine Massage im Drei-Könige-Spa. Folge 3160, Staffel 17, Folge 160 Torben verspricht Amelie das Geld für weitere Hotelanteile und bittet Ben, den bestellten Verlobungsring abzuholen. Er redet Amelie zu, zur Eröffnung des Spars im Hotel zu sein. Amelie hat dort jedoch das Gefühl, dringend an Torbens Seite sein zu müssen und ist glücklich. Als er ihre Liebe mit dem Verlobungsring besiegelt. Doch plötzlich verschlimmert sich sein Zustand dramatisch. Gunther lädt in Sorge am Daumen David zu später Stunde noch auf einen Tee ein. Er gesteht seinem Vater, dass er zur Zeit kein Ziel im Leben hat. Gunther gerät ins Nachdenken und sagt Evador ganz ab, um für David da zu sein. Anton verhält sich nach seinem erotischen Traum eigenartig gegenüber Freddy. Bastian und Peer sehr wundert. Doch Anton weiß selbst nicht, wie ihm geschieht. Und ist froh, als er endlich eine harmlose Erklärung für alles findet. Carla vertritt Alex mit großem Vergnügen im Stint, denn der hat spontan beschlossen, Oscar als Elternbetreuer auf seiner Kita-Reise zu begleiten. Doch ihn erwarten nicht wie erhofft sanfte Frauenhände, sondern muskulöse Oberarme.